Seid gegrüßt alle zusammen und herzlich willkommen zur 579. Folge vom Let's Play Onsie 2 der Anöbussimulator mit eurem Jürgen Rieser. Ich heiße euch alle herzlich willkommen zur neuen Themenwoche auf der Karte Wattendorf in Version 3.00. Wir fahren die Linie 2. Sie füllen uns von hoher Weide zum Grasweg. Fahrzeug dauert zwischen 45 bis 50 Minuten. Unser Fahrzeug ist der Volvo 7700A Facelift Dreitürer in der Version HUN IMKE Voltron. Mit dem Betrieb ZF Ecolife 6AP. Wir fahren im SLAG New Reaping, also Stadtwerke Laurenbach. Im Gasmetall ist Stuttgart, es regnet, wir fahren es auch direkt los und wir wünschen euch allen viel Spaß bei der Fahrt und wie immer gute Unterhaltung. Abfahrt. Nächste Haltestelle, Gennendorfer Allee. Umsteigemöglichkeit zu mir entsetzen. Ah, der Botsamt. Unser Anzahl Sprecher für Onsie. Ah, Lohrge Yuki. Vielleicht zu Anfang erstmal Lohrge Yuki. Ja, natürlich, danke Onsie. Sehr geehrte Fahrgäste, ich heiße Sie alle herzlich willkommen von der Linie 2. Sie füllen uns von hoher Weide zum Grasweg. Mein Name ist Elisa, ich bin heute Ihr geschätzter Abfahrer. Und werde Sie sicher fahrungshaft durch das regnerische Mandendorf begleiten. Falls Sie welche Fragen oder Anregner haben, können Sie gerne jederzeit zu mir nach vorne kommen. Deswegen stehe ich Ihnen aber zum Brustfach auf jederzeit zur Verfügung. Aber bitte nerven Sie mich nicht und an den Bildung der Fragen. Dankeschön. Vielen Dank. Guten Morgen. Guten Morgen. Würden Sie die Temperatur bitte etwas herzegeln? Temperatur etwas hochgeben. Klar, gerne. Marco Kleckhoff, nöt fünf. Grüße. Ja, ich fand fast die Wachier ist ein bisschen. Nächste Reifestelle, Brudensstraße. Hallo. Mahlzeit. Mahlzeit. Ich hätte gerne eine Tageskarte. Aber geht nicht. Passt ein Dankeschön, der Herr. Wir sind zuerst da. Wir haben keine Hilfsbälle da. Das sind meine Kurse-Wähl-Gütteln. Wir sind gerade aus. Moin. Moin. Hallo. Meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause, ich hoffe euch alle draußen gescheitert. Mir geht's auch gut, kann mich nicht beschlagen. Wir stehen aktuell bei 501 Abonnenten und bei einer Aufrufzahl von Klammern die 162.900 Aufrufe. Immer wenn ich mich recht halte, bin ich im Einzelnen, freuchte mich kostenlos supported. Nächste Halbestelle Stadtfriedhof Süd. Umsteigermöglichkeit zu den Linien 6 und 2. Das ist mir viel zu kalt. Passen Sie mal die Tempe... Na, bei euch Ticket bitte. Ja, erst lecker, dann fach schon halbomut, ne? Auf Einzelneufstum daher. Dauert halt ein bisschen, das warm wird. Nächste Halbestelle bei den Weg. Nächste Halbestelle bei den Weg. Nächste Halbestelle bei den Weg. Mit der Weg ist nicht so stark, die wir in den Weg stehen. Ja, kommt mir den Knickschutz rein. So, ihr habt es nicht gesehen, die Damen. Hat der keine Heizung oder was? Oh, ich hab ne Heizung. Oh, ich hab ne Heizung. Ja, gestern war ich auf der anderen Zoom-Plattform live gewesen und hab ein ETS2 Singleplayer-Lestream gemacht. Das würde ich auch sehr viel Spaß machen. Und hab zwei Toren gemacht durch Skandinavien. Guten Morgen. Guten Morgen. Einmal Schüler, bitte. Ich mach Schüler für dich. Danke. Bitte. Hallo. Hey. Das ist da halt nicht her, ne? Das ist die Straße. Auch wenn sich eigentlich die Leistung verstehst du nicht. Aber wenn man schafft sich durch... durchfahren... ...dreißig... Die Schocks Bäume... Untertitelung im Auftrag des MDR Die Linie 1 bis 8 zu fahren, dann kommt noch die Linie 11 und dann auf 2 oder 3 nach 4. 1. 2. 1. 2. 3. 2. 3. 4. 4. 5. 4. 5. 6. 9. 11. 11. 11. Ich will die Wiederlautung ja eh machen. Moin. Moin. Schönen können. Kann da irgendwas da gehen, das ist nicht klar. Mal schauen wie oft es noch kommen wird. Zwei Regeln habe ich hier schon reflektiert. Und zwar die Linie 1 und die Linie 111. Das war in der ersten Staffel gar nicht so. Volle Folge 1 bis Folge 100. Ich fand es in der Drehung war das gewesen. Ich habe auch geguckt, war ich das letzte Mal. Hier wurde auch angezeigt. Bevor man was beim Karten auswahl. So. Da war ich jetzt das letzte Mal hier im Jahr 2021. Das ist vor zwei Jahren. Die andere Linie geht glaube ich nichts. Ich glaube jetzt weiß einer darin. Lächsten und die Nachbüsse. Wie wird das alles disent? Wie wird das alles geklappt, so wie viele Frauen die cutten? Ich habe, dass das alles deshalb nicht geklappt. Ich habe das alles geklappt. Ich habe das alles gesehen. Ich habe es nicht. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Kaffee Okay. Das war's für heute. Guten Morgen. Morgen. Mein Mann. Ich möchte gerne ein Ticket für eine Kurzstrecke haben. Okay. Ich möchte gerne ein Ticket für eine Kurzstrecke haben. Ich möchte gerne ein Ticket für eine Kurzstrecke haben. Ich möchte gerne ein Ticket für eine Kurzstrecke haben. Ich möchte gerne ein Ticket für eine Kurzstrecke haben. Ich möchte gerne ein Ticket für eine Kurzstrecke haben. Ich möchte gerne ein Ticket für eine Kurzstrecke haben. Guten Morgen. Einmal nochmal bitte. Einmal kurz. Danke, Bisse. Achtung von Zwerg. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich höre mal, dass ich die Sonne höre. Nächste Haltestelle Handweiser. 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 Also der ist im Drei-Kennachstum. Oder der oder den anderen aus Wunderhaben oder Ausdruck. Das ist wichtig. Okay, jetzt hier, oder? Schönen Sie, wie er es still ist. Ich würde es auch noch gut tun. Hi. Jetzt füllen wir eine Minute vor. Kommt du mit? Nein, bitte. Einmal Schüler, bitte. Einmal Schüler, bitte. Eine Tageskarte, bitte. Herzlich willkommen. Ich glaube, nach dem... Oh, jetzt habe ich schon eine perfekte Idee, welchen Bus ich euch als nächstes zeigen werde. Ich glaube, die ganzen Facelifts haben wir euch ja auch noch gar nicht präsentiert. Nächste Haltestelle, Deichstraße. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Sammacht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017